Ich bin gekommen zuvor in Montréal, die Grünen wie alle. Durchvor in New York hat mich schon ein Dichter gesagt. Ich will auch tun so kteratete und ich will auch geben an Adresse. In Montréal wird mir dankbar sein, in dem ganzen Leben. Welchen Adresse hat er mir gegeben? Ede Masse. Tick-Tack, nechten, tick-Tack, heint, bis der Seger haut dir feint. Wenn ihr spielt sich, wenn ich ruh, läuft kein Sacha so schnell wie du, nur ich tu dort libertir. My mother's maiden name was Zhukovsky. Chaya Zhukovsky was her proper name. She was born around 1892 in a village about 60 miles south of Minsk, a village called Uhli, which means Corners in Russian. There are 17 villages of that name I discovered, which made it a little hard for me to find the village when I went looking for it. Her father, Shimon Zhukovsky, was a saloon keeper, had a kretschme. They left Europe in the early 20th century because, I guess it must have been around 1905, the time of the pogroms, and sold everything off for a song and came as refugees. Es ist gut, was in a welt von Risches, und man darf heint nicht morn, was es meint. Es gut, was in der Finsterer Nacht, reitscharum amensch mit der Lichtung, was macht lichtig. A bisserl licht vertreibt a sach vom Finsterisch. Reitscharum zwischen uns amensch, was weist mehr nicht wie Liebschaft. Das kommt zum Ausdruck in alle ihre Kinderlieder. Liebe darf auch mein Objekt, auf wen man soll ruhen. An nicht ist es eine Schomme, ein Nackete, was flieht in der Luft. Ihr Objekt ist ein Zwein, Dieter, was ist Mamisch Eins. Ihr Objekt ist die Mame in der Skind. I think of her face as long and pensive. There was a friend of hers, a young woman, who wrote a poem to her. She holds her head with slender hands as if it were an offering. That seems very, very right, very appropriate. Later, her face grew heavy and sad and strained. Her life grew more and more difficult for many reasons. But she had a personality. I mean, it just sort of came out in waves from her. People were drawn to her. In Oudfremont, sie haben wir gewinnen, in der Stube von meiner Tante Mauke, vor ungefähr einem Jahr, mehr oder weniger. Nachdem auf der Esplanade, was sie dann gewinnen, die jüdische Ghetto in Montreal. Und dort ist gewinnen, mein Mames Salon. Ede Mase ist ein schönes Dauer geworden. Man hat gewusst, als man kommt zu fahren in Montreal, ist da ein Adress, wo er reinzufahren. Wo zu sein. Und das wissen alle Schreiber, wer sich in der ganzen Welt. Es ist gewinnen, ich habe viel mit Menschen am ganzen Tag, am ganzen Abend, am Morgen, am ganzen Nacht. Und man hat sich herumgeringelt am Tisch, man ist gesessen am Tisch und mit getrunkenen Tee, am ganzen Tag. Und da ist gewinnen, ein Telefon auf dem Wand und es hat gerungen, von ganz früh. Und jeder hat gedacht, etwas bei meiner Mama. Sie dient alle Menschen und sie warten auf keinen Leuten. Und das ist richtig. Ich weiß, wegen Zendliker, wenn es ihr Mames geraten wird, kann man dem Leben kennenlernen. Es hat darüber genommen, es hat acht Menschen, wo es ein Knoten ins Akone von umgekommen ist. Scheiß Schreiber und scheiß andere Menschen. Aber die Sachen tun ich auch nicht, als ich kriege. Er hat immer so aufgeschafft, ein Heim und eine eigene Zöres. Und als ich kann es sehr viel weggeben, Menschen, die das zu bewundern, gefällt ihnen in die nächste Zeit. Gerät wegen Dichtung, wegen Schures, wegen Wärter, wegen Literatur. Und wegen seiner Eigenarbeit. Es ist gewinnt Kultur, eingesackt mit Kultur. Die Luft allein ist gewinnt Kultur. Ja, eben nicht Literatur, es gewinnt Musik. Eben nicht Musik, es gewinnt Kunst. Und es ist eingekommen. Gesetzer, Künstler und Schreiber und Musiker. Und wer hat sich noch gekleppt zu der jüdischen Welt und zu der kulturellen Welt. Und damit gewinnt bei uns. Und she was apparently encouraged by the critic Schindiger to publish initially. But that was after the loss of her son, who died at the age of 10. We still don't know quite from what. Jetzt will ich erzählen, wie auch sehr ich komme es zu den Kindern und zu schreiben Kinderlieder. Nicht durch den Freilachenweg, nicht durch die Gewehren. Ich habe mir geschrieben Lieder sehr primitive, gar primitive. Und ich habe sie keimonisch gedruckt. Da sind eine verhebte Farbkünstler, wo sitzen da Schreiber und sie sehen wie unbehoffend das Lied ist. Aber ich will sie lehnen, um zu geben euch den Begriff, warum sie mir besser mit Kindern. The first word that comes to mind is simple. The versification is simple and straightforward. That it depends heavily, though not exclusively, on rhyme. Jetzt wird Leile sagen, wie blieh malach in Regen. The poems are all rather short. Nothing like a sonnet sequence or a narrative poem. Geht in kast der Regendel. Geht der See ankegen. Wachsen meine Kinderlacht mit blieh malach in Regen. Applaus That it's basically short lyrics, to me at least, seems unsatisfying for that reason. I look for more complexity and for different kinds of depth. The topics tend to be nature poems, poems of loss. But it's marked throughout by very strong sincerity. Ich weiss nicht, wanne sie nimmt so viel Zeit, so viele Sachen zu tun, wie sie tut. Ich wünsche sich allemal, heute ist ein Kind mit Kindern zugleich. Sie ist ein optimistischer Mensch. Wir sehen in ihren anderen Liedern, nicht in den Liedern von den Kindern. Auch in den Liedern, welche sie trugt im Ohr von der Welt, im Ohr von der jüdischen Volk. Aber damals, wenn sie seht, ein Kind ist mit Kindern zugleich. Und alle Lieder sind spiellich, kinderisch. Und das eigentlich muss ein Gebäude in jeder Frau, hat es eine Liebschaft, zu schreiben, die Kinderlieder. Ich stehe nicht auf eine Minute, als ich war ein Bien. Also ich halte sie mit ihnen arbeiten auf allen Seiten. Ich habe die Kultur und ich habe das Schreiben und ich habe das und ich habe das. Weil sie nimmt sich ein bisschen unter, muss ich das auch durchführen. Bei uns hat es geheißen, die Berg. Es ist ein bisschen ein Berg, es ist ein kaum Little Hills. Ich fahrt und stott im Dorf aus, Felder rein und Felder aus, als sie liebt mein Ingele. Ich fahrt im Dorf aus Schnee aus, ein weißer, weißer Schnee aus, als sie liebt mein Ingele. Dort haben wir, sind wir gewöhnt mit der Sprache von den Päuern, von sehr meinen ersten Jahren. Also ich bin gewöhnt, ich bin gewöhnt, ich bin schon zwei oder drei Jahre alt. Und wir sind dort zurückgekommen, jeden Sommer und einmal im Winter euch. Und jetzt haben wir uns besucht, als Sache von ihren Freunden, Tüchter und verschiedenen Menschen. Hat mich nicht gekannt vorhin mit dem Auto, hat mich gemusst vorhin mit der Bahn. Und dort im Bahnhof, in der Stanzier, hat der Päuern uns begegnet mit Pferd und Schlitten. Und wir sind mir gefahren, sind wir gefahren, die zweimal von Stanzier bis zur Häuser. Und dort hat meine Mami geschrieben, als Sache von ihren Liedern. Sie hat geschrieben, wenn sie gekannt schreibt. Aber dort gedenk ich, einmal habe ich es beschrieben, wie sie es gesetzt hat bei Taichup. Und sie hat mir gesagt, geh weg, ich habe was zu tun da. Und noch eine Sache, ich habe eine Mami. Und ich habe ein Kind und es ist mir schwer. Und ich weiß nicht, und meine Mami, als sie geliebt bis 103 Jahre, sie geliebt sich alleine rieten. Und sie soll kein Leben mehr sehr viel. Ich habe sie sehr lieb gehabt und sie mir riecht. Aber es ist gewesen, eine gewisse Strengheit zwischen der Mami schreien alle mal, ich kenne die Kinder oder ich weiß nicht wie. Und sie käme besser. Das ist in Ambasson kompliziert. Sie ist, wenn sie so beschäftigt mit ihren Schreiben, mit ihren Freunden, einmal habe ich sich gefühlt sehr warm und sehr nah zu ihr. Gewehnlich. Aber einmal habe ich gefühlt, dass etwas fällt zwischen uns. Aber viele von ihren Poems sind, für mich, als Kind, und sie sind sehr, 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 sehr. I feel moved to bring up something that I would not normally say under almost any circumstances. Und das ist, als meine Mama ist nicht gewehn kein Enkel. Sie ist nicht gewehn kein Malach. Als sie hat gehad sehr deitliche Schwachheiten. Ich glaube, als das ist öfter genug zu sagen, aber auch öfter wichtig zu wissen. I felt, always felt somewhat inferior to my mother. I always felt in competition with her, somewhat. I always assumed that she would be better at anything than I could be, no matter what it was. She knew more than I did. She had a wonderful memory, and I've always had a terrible memory, worse and worse, of course. But, I mean, in some sense, I live her life. I've carried over her life in just another key moment. A good night. A good night. A good night. Vielen Dank.